Ich verspreche mir von dem Studium als erstes neue Informationen zum ganzen Thema Demenz, dass ich mein Fachwissen erweitern kann und dass ich neue Impulse kriege, was gibt es außer meinem Beruf eben noch für Berufsgruppen, die damit arbeiten und wie kann ich mit denen zusammenarbeiten. Ich habe mich dafür entschieden, weil ich mich spezialisieren möchte im Bereich Demenz und weil das Thema zwar in unserer Ausbildung, in unserem Beruf vorkommt, aber noch sehr wenig und ich die Hoffnung habe, da eben in dem Bereich, also mit meiner Expertise in der Ergotherapie, eben in neue Bereiche reinzukommen und da eben dann weiterarbeiten zu können und was Neues machen zu können mit meiner Ergotherapie. Für mich als Ergotherapeutin ist der Schwerpunkt immer auf der Betätigung des Menschen, das ist Kern meines Berufes und da natürlich auch die Fragestellung, wie können Menschen mit einer Demenz an ihrem letzten Lebensabschnitt eben auch die Zeit, die sie noch haben, sinnvoll für sich gestalten und mit welchen Betätigungen können sie noch Lebensqualität erfahren, was können sie noch selbstständig tun. Ich profitiere von den anderen Berufsgruppen insofern, dass ich Informationen kriege, die ich noch nicht kenne, die in meinem Berufsfeld nicht vorkommen, denen ich aber in meiner Arbeit trotzdem begegne, weil ich mit den Berufsgruppen ja zusammenarbeite und so kann ich die eben dann besser verstehen, hoffe ich jedenfalls nachher, und dass ich die Zusammenarbeit für mich eben auch verbessern kann, wenn ich weiß, was die anderen Berufsgruppen bewegt und was für Fragen die sich vielleicht stellen. Also wenn ich von hier wieder in meine normale Arbeit komme, bin ich voller neuer Ideen, habe ganz viele Impulse bekommen, habe neue Richtungen, in die ich denke. Der Studiengang ist für mich außergewöhnlich, weil ich vielen verschiedenen Menschen begegne, die aus anderen Richtungen kommen, andere Ansätze haben, aber sich mit dem gleichen Thema und mit dem gleichen Wunsch beschäftigen.